Hallo, es kommt zum 23. Tag von unserem Adventskalender, zusammen mit Apfel. Hallo! Wir spielen heute wieder Bloons Tower Defense 6. Auf der Map Schießplatz. So, ja, wir sterben mal rein. Ich hab ein bisschen gespielt. Nicht viel. Ein bisschen! Ein bisschen! Da war 1000 Level unter mir! Ach du Scheiße, wie laufen die denn? Ach du Gott! Ach du Gott! Ich hab's selbst gehört, lass mich in Ruhe! Ich bin kein Gott, oder? Wo können wir denn hier platzieren? Wir können hier fast links platzieren. Kann mir die da oben überhaupt platzieren? Oh nein, nur auf den Holzbrettern! Junge fucking Quincy ist zu fett für die Holzbretter! Platzierst du rechts oder links? Das ist echt schlecht hier! Hey, da passt das wirklich... Passt das in meinem Bumerang auf darauf? Safe, oder? Ne? Ich hab's doch getestet! Ich hab's doch getestet! Verdammt! Ja, Reis! Oder? Doch, Reis! Reismangel passt! Wo platzierst du auf welche Seite? Damit wir nicht auf dasselben platzieren! Ja, was ist jetzt los? Was machst du denn? Fakt ist gelben grade! Hab ich den schon platziert, aber... Ach, jetzt! Ne, du hast noch nichts platziert! Jetzt! Jetzt! Da ist es NICHT gut, was sie abgeht! Ne! Ey, ich muss den gleich stillen! Warte, auf was kann ich denn jetzt stillen? Was ist denn gut? Unten und müde, ticke ich diesmal! Zwei mal nach unten, dann trifft er schon mal jeden Ding! Gut, dann können wir starten! Mal schauen, was da was wird! Jo! Bin gespannt! Ich hab kein gutes Gefühl in dieser Moment! Ja, ne, ich auch nicht! Ich hab kein gutes Gefühl in dieser Moment! Ja, ne, ich auch nicht! Mein Anfang ist immer ein bisschen schossig! Wir müssen dann alles unten placen! Wir können ja sonst nirgends placen! Nur unten! Ach, scheiße! Oh nein! Gut, aber die kommt zum anderen! Aber gut! Das ist schon mal... Das ist schon mal... Das ist schon mal gut zu wissen! Das ist schon mal... ... ... Das ist schon mal... ... ... ... ... ... Wir haben noch nichts gegen Tarnblooms oder gegen Tarnblooms oder gegen Tarnblooms, ne? Doch, meiner trifft Tarnblooms. Ja, meiner trifft Tarnblooms. Ja, meiner trifft Tarnblooms. Wir haben aber noch nichts gegen, ähm, weiß schon, Bleiblooms. Da haben wir auch irgendwie keinen Platz dafür. Jo, wie viel... Ich bin mal ganz schnell einfach den, äh, mein Wurffall auf dem Outmaxen. Ich hab grad gesehen, dass ich einfach, ähm, 60.000 Erfahrung hatte für den Typen, den ich nie benutzt hab. Aber hast du grad nichts, hast du grad nichts mitbekommen? Nö, ich war grad im Upgrade-Menü. Was war denn? Ich hab mir ein Geldpaket gekauft, mir 2.500 wieder Geld geholt und die Tour bitte abgerissen, wenn wir dann Sachen platzieren können. Ach, LOL! Das war nicht, da ist einfach, da ist einfach der Bombe getroppt worden. Trotzdem, du bist weg und du sagst so gar nichts. Alter! Mir wär das halt nicht mal aufgefallen, dass der Turmbag ist, wenn du nichts gesagt hättest. Ja, ne, aber ich hab jetzt meinen Wurffall auf alle Upgrades hochgepusht. Ah, ah, so knapp! Was? Er, er, er reicht fast nicht nach vorne, Alter, die Scheiß von... Ah, doch, er reicht's! Doch, er kommt grad noch hin! Das ist doch schön! Oh mein Gott! Das ist beautiful! Ich hab zum ersten Mal die Wurffall auf das Upgrade gemacht. Ja, gut. Äh, ja, ich muss auf die Mitte gehen. Ja, die Kanone snackt! Die Kanone ist richtig... Geil. Wieso können wir da eigentlich nirgendwo was platzieren? Das ist so ein Bullshit! Ich muss ja kurz die selbe Taktik wie du machen. Ja, alles ist umgebaut! Ja! Das macht mir Sinn, wenn der Fall ist, so hab ich keinen Platz für zweiter Home-Niveau verteilt irgendwie. Andersrum krieg ich es nicht. Ja, auf was? Okay. Vielleicht ist das doch besser als erwartet. Ich hätte gedacht, wir werden schon jetzt tot sind. Ich hab da halbe Artillerie da unten stehen, what the? Ich geh auf ein anderes Upgrade. Oh! Ja, du hast die Upgrade noch nicht. Für Bleiblins. Bei der Kanone? Hm? Ne, nicht bei der Kanone, bei deinen vorderen Trimmen. Das in der Bleiblins-Tuch. Warum ist meine so... hä? Hä? Yo! Yo! Wo? Was geben wir bei der Kanone? Weil ich auf das obere Upgrade gehe. Nicht auf das untere. Jürgen, wir sind aber komplett am Ausrasten. So, mal schauen, wann meine Kanone den ersten Blumen erlebt. Oh verdammt! Wir haben in sechs Runden den ersten Morb. Oh no, oh hell no! Geh unten auf den Morbschläger. Wir brauchen beide den Morbschläger unten. Ja, ich spar schon drauf, ich spar schon drauf. Ich muss meine Taktik an Bord werfen. Hey, mir fehlt dich, wir viel! Nummer 100, komm! Da ist er. Easy! Jawoll! Meiner sieht aber auch cool aus. Ach, nice! Wie auch was! Jetzt reicht meine Reichweite auch mal oben. Das ist cool. Das ist nice. Alter! Wie, du hast da schon das 3-5er-Upgrade reingeballert? Ne doch. Hä? Warum schaut deiner so viel krasser aus als meiner? Äh, ich glaube wir haben unterschiedlich gespielt. Ach, du bist auf die Mitte gegangen. Ich dachte, du bist da auch, bist einfach, dein ist einfach krasser. Da, jetzt muss ich mal dein, äh, jetzt muss ich mal dein Monopol da im, äh, Wasser verdrängen. So, zweimal in die Mitte, dann kann er Tarnblins treffen. Äh, und dann... Oh, bin mal, weil Operation Fallstum hat sich eines wieder. Und kennt sie. Okay, da ist der Mob. Ja, komm, naja. Ja, und rekt! Jawoll! Wie wir uns freuen, weil wir einen Morph getötet haben. Ja, du, du weißt, du, du kennst das von vorne. Erst freuen und dann merken, Alter, da sind ja noch mehr davon. Wie damals? Das zum Beispiel bei deinem Wurf... Ich wollte es auch schon sagen. Das bei dem Wurffellaffen zum Beispiel ein Upgrade, das mache ich gar nicht. Welches? Ja, das mit dem, äh, Katapult-Ding. Ach so, ja, ich mag das auch nicht, aber ich habe es gemacht für die, äh, Bleibloons. So, komm. 500? Jetzt. Äh, ja, manche Verteidigung wäre schon krass, ey. Na, da fiel mir noch einiges an, lieber. Ja, klar. Wenn ich unten gehe, kann ich etwas gegen Morphs machen. Ja, vielleicht 3500. Ja, 3700. Ja, wie weit fliegt denn diese Kanone? Alter! Nein, ich habe die falschen geupgraden. Oh, sad. Ich hoffe, ich hoffe, das geht jetzt gerade nicht nach hinten los, was ich hier mache. Ja, ich komme mit Flieger upgraden. Was? Ach, nie, da nie ein Zielsystem. Ach, krass. Was? Jo, ich habe kein Flugzeug. Oh Gott. Jo. Okay, das doof sieht schon mal ein bisschen knapper aus. Ich glaube, ich muss da auch mal wieder was machen. Ich habe, ich platziere einen Flieger, den wohl, wenn ich ihn richtig ziele, äh, richtig mache, die Pfeile, die Gegner suchen und nicht mehr random einfach irgendwo hinfliegen. Okay, das ist gut. Ja, ich habe da einfach voll den Konft-Chat. Okay, das ist halt wirklich cool. Shit, 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 shit. Meine Flieger, meine Flieger! Okay, fuck, wir brauchen für unten, ähm, Türme. Die Folge ist wirklich klein. Ich habe jetzt unten rechts einen, ähm, Zauberer. Oh, not bad, ja. Okay, wir haben noch sieben Runden. Ja, aber den kann die Typen gar nicht so, sogar nicht platzieren, meinen Helden. Ja, ich habe auch, ich habe auch schon die Hoffnung aufgegeben, irgendwann... Läbelaufstieg! Nein! Ich habe auch schon die Hoffnung aufgegeben, irgendwann mal... Ähm... Oh, um Leute! Quincy platzieren zu können, so heißt er. So, ob du Quinces Namen vergessen hast. Ja, sorry. Ja, die Pfeile suchen sich die Gegner! Schau, wie sie mir nicht mehr fliegen, ja! Ja, moin. Das macht halt... Das macht halt das Flugzeug mal ein bisschen weniger useless. Ja, wo ist eigentlich meine Maus? Und? Was ist das? Versorgungsfähigkeit wirft deine Kiste voller Geld ab, macht Bluenste Morph-Klasse für kurze Zeit Bewegung zu fähig. So kriege ich noch 3500 zusammen? Ich bezweifle. Ich bezweifle. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! So viele Zahnbloons! Aber wir haben es irgendwie geschafft! Ich glaube jetzt, das ist es... Wie meine Pfeile darauf zuklingen, Alter! Was ist es? Wir haben es! Wir haben es! Ich bin Chef-Derektiv! Jawohl! Ja, ich habe mein Blut gekillt! Du bist der Raucher, Junge! Jo, ich habe einfach 14.000, nice! Raucher! Du hast in den 24 Runden erneute Blooms geplatzt! Jawohl! Nice! So! Schau mal unseren Affen-Star an! Einfach nahezu dasselbe! Aber dann würde ich sagen, dann warst du schon wieder mit der Folge! Lasst einen Like und einen Abo da! Und tschüss! Tschüss! Tschüss!